Ja, ich würde darauf zurückkommen, dass es sehr wichtig ist, sich über die Rollen klar zu werden, die es in so einem Meeting gibt. Und auch da wieder, wie viel einfacher das ist, wenn nicht zum Beispiel immer der Teamlead, die gleichzeitig auch den Moderatorenhut auf hat. Weil ich glaube, als Moderator bist du in so einer Situation speziell gefordert und darfst einfach nicht vergessen, immer wieder das Wort zum Beispiel auch zu erteilen an, entweder wie du es gemeint hast, an die andere Gruppe, die auch als Gruppe wo sitzt oder auch an einzelne Personen, die zu Hause sind, damit die einfach auch schon allein das Gefühl haben, dass sie da mit drinnen sind und nicht irgendwie als so ein Anhängsel, so 5 plus 1 und ja, hast du da Pech gehabt, dass du jetzt gerade zu Hause bist. Also das ständig mitzudenken, da sind noch andere und ich muss die abholen und ich muss die einbinden. Und das wird viel Mühe und auch Zeit kosten. Und ich glaube, eben deswegen wirklich wichtig zu sagen, wer moderiert das und was sind dessen Aufgaben als Moderation. Und jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber die Auftrennung dieser Rollen einfach klar zu haben und zu sagen, okay, ich bringe da jetzt inhaltliche Themen ein, ich leite den Rahmen als Moderator und wer andere macht vielleicht nochmal was anderes, weiß man nicht, um das halten zu können. Weil sonst machst du das zweimal und fragst die auch und das Ding dauert halt den ganzen Tag und dann gelingt es dir halt gar nicht, weil du einfach, ja, du hast um halb neun, hast du nochmal gefragt, ob der auch eine Meinung dazu hat und ab dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr. Nach dem Mittagessen hat man es dann überhaupt vergessen, dass da wer dann noch auf der anderen Leitung auch noch ist, so ungefähr. Äh oder.